Es ist jetzt genau 14 Uhr und die Klanginstallation vor dem Wagner Museum ist gestartet. Es ist eine Klanginstallation von dem Tonkünstler Andreas Bossart, die speziell im Rahmen des Wagner Jahres 2013 installiert wurde und immer zu Öffnungszeiten des Museums gestartet wird. Das ist mein Sohn Jakob. Und hier ist ein riesengroßer, widerlicher Gagel am Boden, in den vorhin gerade jemand hineingestanden ist, aber ich war es nicht. Und jetzt kommt wieder die Klanginstallation von Andreas Bossart. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020